Ja, vor zwei Wochen hat es einen WZ-Bus gegeben am Bahnungsvorplatz zu der Frage, Mensch, wie sieht das hier eigentlich aus, wenn man ankommt als Besucher in der Stadt und dann auf diesen Platz tritt oder auch auf den Bertha-von-Suttner-Platz. Das ist kein Willkommensgruß. Die Stadt hatte mal Pläne, Wettbewerbe gemacht zur Ausschreibung, zum Verbessern des Platzes und hat jetzt verkündet, dass vor 2015 nichts passiert. Kein Umbau, keine Verbesserungen. Wir haben deshalb beantragt, dass wenigstens Hinweisschilder, Sauberkeit und ordentliche Beleuchtung an den beiden Empfangstoren Düsseldorfs passiert. Ich bin gespannt, wie gleich die Abstimmung ausgeht, obwohl CDU und FDP schon signalisiert haben, dass sie meinen, das muss jetzt nicht sein. Schade.